Welcome to Elfes Ospia, unserem ersten Event dieses Jahr. Wir sind hier beim Red Bull Ring in Österreich in Schwieberg und gestern sind wir angekommen, haben die Campsite aufgebaut, dann hatten wir heute die Tech-Inspection, die wir bestanden haben und den Tilt-Test. Morgen finden noch Brake und Noise-Test statt und im Hintergrund sieht man jetzt quasi das schöne Panorama vom Red Bull Ring mit Bohlen, Bäumen, Natur und hier auf der anderen Seite sind quasi die ganzen Boxen, wo die ganzen Teams drin sind. Wir sind hier in Box Nummer 24, wo die blaue HZ-Werkzeugbank ist und jetzt schauen wir mal rein, wie das Ganze drin aussieht. Das ist die Boxenkasse, wo die ganzen einzelnen Teams sind und da schauen wir mal im Zeitrafen. Ja, wir haben heute noch den Noise-Test vor uns, wir müssen heute noch den Brake-Test machen und ab elf geht es ins Design, da werden wir auf jeden Fall rocken. Nach dem Design haben wir um eins unseren Cost-Report, den werden wir auch rocken und heute Abend um 17.45 Uhr haben wir unseren Business-Plan und verkaufen unser Auto. Schaltet ein! Dankeschön! Was passiert hier noch? Eine Design-Vorbereitung. Sehr cool! Das ist ein Flüsselreiniger. Genau, Vorbereitung fürs Design. Was doch alles Gaffa-Tape gut für ist, gell? Ja! Geil! Sonnig! Was ist mit der Sonnig? Die Sonne! Die Stimmung ist sonnig! Schöne! Das war's. Geil! Das war's. Untertitelung. BR 2018 Jan, was sagst du? Also einerseits bin ich zufrieden, dass wir durchgefahren sind, aber das ist die geilste Strecke jemals und den zweiten Gang macht jetzt nicht so weit. Wir machen das! Ja, alles war gut! Ja, alles war gut! Geht's doch! Mann! Ja, alles war gut! All my life I've moved from this new beginning We can see you, okay? We can see you, okay! Untertitelung des ZDF für funk, 2017